LINE UP MA FIRE! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2! Tja, wir sind das letzte Mal ein bisschen im Loch gestorben. Wie soll es auch anders sein? So, jetzt gehe ich nicht weiter runter. Ich möchte mir nämlich jetzt erstmal noch die anderen Wege anschauen. Und das Gefährliche sind... Oh, da ist der nächste Hund. Bleibt da hinten, du hässliches Nuggetier! Wie so willst du aus wie ein Nuggetier, oder? Wie ein großes hässliches Nuggetier. So, wo geht der Weg lang? Auf Hilfe hoffentlich nicht nach da unten, denn da unten, da ist es die... Ah, hier kommen wir auch direkt zu meiner Leiche wieder. Das ist gut zu wissen, das heißt, es ist tatsächlich eine ziemlich große Abkürzung, wenn man nicht da runterfällt. So wie ich. Ach, ich bin so doof, ich hab... Ah! Entschuldigung, ich hab die Fackel aus dem Sinn ausgemacht. Woos! Ich hab die gesehen, was denn nicht schaden macht. Heiliger Bimbang. Das ist ja gegen Tablet durchgefallen, ja. So, da benutzt wird... Warte mal, ich packe den Bogen jetzt wirklich raus, den brauche ich hier, glaube ich nicht. Ähm... Mua, ich hab ja genug. Einfach, damit wir ein bisschen bessere... ne, bessere Chancen haben. Gibt's auch noch weiter? Ah, hier ist es... Ach, hier ist es... Lassi! Geh kaputt! Prätsding! So, wir könnten jetzt hier drausspringen und hier hochlatschen, aber ich müsste nicht noch... da hinten liegt noch was. Auch der Urne ist noch was. Ach, das hängt hier oben! Ach, und da kommt noch einer von unseren Freunden. Wo kommt der denn hier gelatscht? Da war doch gerade nichts mehr, oder? Wo kommst du her, mein Freund? So, kaputt! Da ist noch eins. Du bist nicht tot! Doch, doch, du bist tot! Du bist richtig tot! Du Blödmann! Du triffst mich nicht! Da kommt noch einer, ne? Ah, die sind ekelhaft. Ah, diese Schussanlagen! Man sieht die so schlecht! Eine Fackel! Sehr schön! 1 Stunde 45! Dann steht übrigens noch eine Dame! Eine böse Dame, die Gift spuckt! Jetzt nicht mehr! Gift-Spucker-Dame! Nicht nett! Äh, gar nicht nett! Da oben kommen wir auch irgendwie drauf! Ich wüsste nur jetzt erstmal nicht wie! Der ist schon tot! Sehr schön! Sehr, sehr schön! Auch sehr nice, dass der schon tot ist! Er spart uns etwas lästige Arbeit und einen Lebenstein! Sehr schön! So! Kommen wir doch wieder hier raus! Hab ich mir doch gedacht! Jetzt will ich nämlich nicht da runter springen, sondern mir einen schönen Zauber auspacken! Jetzt sind die raufklettert, oder? Ich weiß nicht, wie die die raufklettert sollen! Da waren wir auch schon, ne? Ich glaub schon! Oder können die da runter springen? Ach, da hinten! So, haben wir auch mal kaputt! So, wir kamen doch... Hä? Ach, das ist ne Fackel! Äh! So, Entschuldigung! Er ist... Telefon! Aber Gott sei Dank! Zu einer Zeit! Wo es nicht stört! Vom Kampf wird es echt doof gewesen! Ich wäre noch nicht dringegangen! Aber so kann man ja in Ruhe mal dran gehen! Das ist natürlich die Frage... Achso, ja! Wir könnten ja hier ruflatschen! Ich wollt grad sagen, die war doch nur tot! Und... Von hier kann man nie! Ich war doch... Wir sollten vielleicht alles anzünden, wenn ich das schon so sehe! Dann, äh, spart uns das den ganzen Weg zum Leuchtfeuer für eine Fackel! Und... Oh... 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 Ich glaub' grad zeigen, ich hab' rausgegangen! Äh... Ähm... Waaah! Was trampelt da? Ah, guck mal, den gehoben! Du Arsch! Nicht mit mir! So, jetzt kommst du natürlich da oben! So! Dankeschön! Left upper fire! So, wunderschön! Jetzt hoffe ich, kommt nicht... Ach... Du schon wieder! Waaah! 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 Wo kommt ihr denn alle her, meine Freunde? Kommt auf festem Grunde, denn hier kenn' ich lieber gegen euch! Na, da ist der auch weg! Lala... 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 Schluck das, du Bösewicht! Lala... 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 Ja, den möchte ich mir doch lieber aus der, äh... Aus der Gefährdung gehauen! Ich habe echt Angst vor, dass es hier noch mehr springende Explosionsteufel gibt. Aber ich habe mich doch mal lieber so kaputt. Du legst mich einfach nicht. Nö, der ist tot. Ich bin enttäuscht. Ah, ein Feuerman. No, Feuerman. Aber direkt mit Fackel hier runterfällt. Ah, das ist echt blöd in dem Gebiet hier. Was hier so viele Fackeln noch sind. Ah, die liegt am Boden. Das ist ja auch fies, ne? Hängen sie sich da dran, die Säcke. Und warten dann darauf, dass man da vorbeiläuft. Ja, würde ich auch so machen, ne? Hänge ich mal da fest, warte, bis einer kommt. Dann ziehst du dich nicht rauf. Aber warum haben die das nicht gemacht? Ich war doch eben da. Wah. Ich wollte entschütteln, mich kaputt hauen. So. Geht kaputt. Da ist noch irgendwas am Schießen. So, gehen wir erst rechts raum, oder gehen wir erst hier raum? Ich glaube, wir gehen erst hier raum, oder? So. Ach, hier geht die Fackel auch aus. Das ist doof. Ach, nee. Das ist ja praktisch. Mach's wieder an. Das ist ja schön. Das Gute ist, ich glaube, wir haben so viele Fackeln hier. Wir können uns locker den Flieg entzünden und brauchen wir dann wahrscheinlich nie wieder. Was auf der anderen Seite möchte ich doch mal wissen. Weil das sieht so aus, als ging's hier weiter. Da hieß es nämlich schon der Nebel. Hier war ja nichts mehr, ne? Hier kann man auch nichts anzünden, oder? Oh, blöd. Nichts zum Anzünden für uns. Ach, doch oben. Wie er lebt. Ich seh's hier. Leg dich hin. Wir haben ein wenig Zähnchen. Kein Marmick. Und eine Sparte Feuerbombe. Okay, ist jetzt nicht so der Super-Zauber. Das Super-Gegenstandchen, aber immerhin. Warum ist das auch noch irgendwas? Wir kommen nur da hin. Und das weiß ich noch nicht. Ach, wenn's ins schwarz Unbekannte geht, bin ich nicht so, äh, der Fan. Und Dunkelheit. Ich mag's eher schön hell. Wo's noch mit Feuerschuhen brennen. Und wo's schön freundlich ist. Wo keine Typen auf einen zugesprungen kommen, die explodieren wollen. So, wie der da. So. Stimmt, mein Freund. Hier kracht's bestimmt wieder der Boden ein, oder? Irgendwo. Oh, ich muss das mal an, wie gemein. Und kann hier mir ein Feuerschuhen machen. Oh, ich muss ja nicht wirklich auf die andere Seite springen, oder? Oh, ich zieh euch das mal an, wie gemein. Jede Menge Giftmaschinen. Aber doch, wie können wir sehen, jetzt ist es hier den Schatz. Eine schwarze Feuerbombe. Oh, so gebessert sie die normale Feuerbombe, wie es aussieht. Ich hab keinen Zauber mehr. Das ist schlecht. Kann ich die in der Wohnung wahrscheinlich nicht? Was machen, ne? Wolltest du noch nicht mehr ins Bett springen? Nee. Come on. Ah, ich kann hier nach rechts lang. Und dann sind wir das nichts. Ich muss springen. So, Moos-Ding-Pumps. Wenn wir jetzt schön alle kaputt machen, dann fangen die Leimdien kaputt. Jetzt noch eine. Da komm ich so nicht dran, ne? Shit. Das ist aber ein bisschen abklingen. Die sind Gott sei Dank nicht komplett ausgebrannt. Das wäre echt blöd. Oder komplett vergifelt direkt mit einem Schuss. Das wäre echt doof. Aber so einen halten wir ja aus, ne? Ja, einen halten wir aus. So. Die kaputt. Hier machen wir ein bisschen Feuer. Oh, das ist ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Sehr schön. Ich mach trotzdem mal die Viertel hier an. Was ist denn hier so ein Teppich? Oh. Leuchtfeuer Romantik. So. Leuchtfeuer Romantik. Ich nehme wieder auf. Okay. Die Dinger kommen nicht zurück. Die Frage ist nur... Wie kommen wir zurück? Okay. Okay. Ah, geht's weiter. So stirbt, meine Freunde. Äh, es geht in den Boden. Und es geht in den Boden. Also, es gibt ja die Tiefe und es gibt eine Nebelwand. Okay. Hallo, meine Freunde. Hallo, Freunde. Na, was? Sterben? Aha, endlich ist es mal was nicht runtergefallen. Auch wenn ich glaube, es gibt es hier einfach nur giftige Ruhmungsmesser. Das geht ja echt noch gut nach unten, ne? Bevor wir da mal lang gehen, möchte ich mich doch wagen und durch diese Nebelwand hier gehen. So. Na, guck mal hier noch. Weil, weil ich glaube, es macht uns selber gar keinen Boss, sondern irgendwas anderes. Was? Nebel von hinten durchqueren? Was? Guck mal! Von hinten! Und... Hau das Vieh hier um dir um. Irgendwie. Und fall nach unten. Und zwar nicht zu knapp. So viel. Geh weg! Psch, 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 böse sie! Böse, böse, böse! Wird es jetzt echt noch unten gehen, nur weil dieses verdammte Fliehme jetzt da im Weg steht? Ich sehe meinen Tod kommen. Ich sehe den Tod und der Fock, jetzt ist es weg. Oh, Aroma schlägt, oh, da muss ich ja nett von. Oh, ha, 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 nicht mit mir. Den Nebel von hinten. Spür ja. Okay. Hier da oben waren wir ja schon, sind aber runtergefallen. Und ein Giftpfeil, sehr nice. Die habe ich schon kaputt gemacht, der hinten kommen wir in der Fock, der ist noch im Nebel. Aber der sieht anders aus, der Nebel. Na gut, zurück kommen wir ja so erstmal nicht. Gut. Ach, ihr schon wieder? Das ist nett. So, zünden wir mal das Feuerchen hier. Was ist das für ein Kumpel? Wow, was ist das denn? Bist du die Mutter, oder was? Oh, Mann, was ist das? Hässliche Made. Oh, Mann. Da will ich sich das Ziel. Bin ich gerade klein. Ich war klein, das ist ja witzig. Was ist das? Es ist natürlich so cool. Bevor ich das gute. Es geht also nur noch um. Okay, gut zu wissen. Giftiges Moos. Und zwei Gegenstände, eigentlich mal giftiges Moos, haben wir sogar, und noch mal giftiges Moos. Was will haben wir denn jetzt? Ah, acht stücke. Acht stücke giftige Maus. Sonst ist sie aber nichts. Na gut, haben wir wenigstens etwas davon bekommen. Sehr viel giftiges Moos. Das finde ich sehr schön. Muss ja nicht Angst haben, dass es nie ausgeht. So, jetzt geht es aber anscheinend nur noch in die Tiefe. Weiter hinab in die Tiefe des Loches. So, wird das letzte Mal lang geladet, hier, ne? Und für die Treppe hier, die fügt uns ganz klar. Ja, die fügt uns ganz klar. Ich sag Treppe, obwohl ich meine Leiter. Sehr schick. Kommen wir wieder hoch. Wie liegt da was? Wie komme ich denn da hin? Ah, indem wir da vorne drauf fallen. Dahinter ist auch noch was. Guck mal da vorne auf der Absatz. Das ist leer. Die Leiter, da hinten, führt in den Tod. Okay. Was ist da hinten? Noch ein Loch. Ne, ist auch eine Leiter, da hinten. Hinten rechts noch eine Leiter. Man sieht es jetzt schlecht, weil es in der Duckel ist. Aber da ist auf jeden Fall eine Leiter. Okay, wo hier? Da. Da ist eine Leiter. Die waren wir doch neben. Da, wo wir noch gegen können, da vorne liegt. Sehr schön. Eigentlich auch ein Küchlein. Na gut, dann geht es auch in die Tiefe. In den nicht so guten Tiefe, tiefen Gang. Wo waren das jetzt? Da vorne direkt. Oh. Ein faules Hartz. So, jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt weiter, die Tiefe hier vorne. Und eine Truhe sogar noch. Wow. Zähne? Keine Zähne. Ja, muss immer vorsichtig sein, man weiß ja nie, was auf einen wartet. Eine riesige Keule. Die ist wahnsinnig riesig. Riesige Keule. Eine riesige Holzgeule aus den Ästen eines großen Baumes. Zum Kaputschlagen von Feinden entworfen. Simpel, doch sehr fiktiv gegen normale Feinde. So, unter uns ist auch schon der Boden. Aber da, zum Boden. Zum Ende des Loches. Wagen wir uns jetzt in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Mascha. Ciao, ciao. Jetzt aber wirklich. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020